Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gerne dein Like, Kommentar und Abo da. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam wachsen und genau deswegen lege ich direkt los. So, liebe Seele, dann hoffe ich mal, dass wir eine schöne Nachricht heute für dich haben. Wir gucken mal in die Karten rein. Und es geht los mit der Achtsamkeit. Achtsamkeit durchströmt mich und fließt aus mir heraus hin zu allem Sein. Ja, das ist natürlich jetzt für dich ein ganz wichtiges Thema. Achtsamkeit. Aber nicht nur achtsam sein dir gegenüber, sondern auch in deinem Handeln. Heute geht es nämlich darum, deinen Schutz mal runterzufahren, wirklich dich deinem Schicksal so ein bisschen zu stellen und dir somit auch selbst Mut schenken, um Veränderungen herbeizuführen. Denn es ist ein Tag der Veränderungen. Es ist ein Tag, wo du eine fremde Energie loslassen kannst und dir selbst ja dann mit Erstaunen eine Einladung schenkst. Die Einladung wird ausgesprochen, sie wird dir überbracht und das wird dich auch sehr, sehr freuen, denn auf so eine Einladung hast du schon ein bisschen länger gewartet. Wichtig in der Achtsamkeit hierbei ist aber, dass du verstehst, dass du nicht aus dem Mangel heraus handeln sollst. Du sollst achtsam sein, ob diese Situation für dich gerade passend ist. Passt sie gerade in deine Energie? Passt sie gerade auch in deine Laune? Emotional? Bist du gefestigt genug, jetzt vielleicht ein Date zu haben oder dich mit deiner Freundin auszusprechen? Ganz egal, welche Einladungen da auf dich zukommen, bist du heute emotional in der Lage dafür? Also sag nicht Ja, nur weil du lange darauf gewartet hast, sondern geh wirklich in dich und tu dir was Gutes dabei. Es ist nämlich für dich ein ganz wichtiges Thema zu verstehen, dass ein großer Punkt, der dir gegeben wird in dieser Situation, natürlich dann erst erschaffen werden kann, wenn du bereit bist für diese Veränderung. Und da lernst du dich heute sehr gut kennen, du lernst deine Emotionen zu schätzen, wert zu schätzen, du lernst dich selbst wert zu schätzen und somit auch dann allumfassendes Sein. Und deswegen bist du auch achtsam zu dir. Sehr schön. Die Blume des Lebens. Gleichwertigkeit und Transzendenz. Im Licht ist alles Leben gleich. Wir werden alle aus dem Licht der Einheit gespeist. Gemeinsam wirken wir im Lebensfeld der Blume des ewigen Lebens. Also merkst du, dass heute Einheit ein großes Wort sein wird. Und das ist nicht nur ein großes Wort, sondern es hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert und will dir natürlich mitteilen, dass jetzt Zeit zum Handeln ist, wenn du dich verbinden möchtest. Also verbinde dich mit einem Partner oder mit einem möglichen Partner. Verbinde dich mit einer Freundin. Heute sollst du dir selbst zeigen, dass wenn du achtsam zu dir bist, dass du dann auch die richtige Handlung daraus ziehst, wer zu dir verbunden gehört und wer eben nicht. Es geht aber auch um die Handlung, die jetzt für dich gut ist im Leben. Also nicht nur personspezifisch, sondern auch themenspezifisch. Du wirst merken, dass die Liebe heute vielleicht bei dir nicht haushält, dafür aber ein Finanzthema oder genau andersrum. Diese Themen sind aber wichtig, dass du sie jetzt löst. Und vor allem wird es heute das Thema Beruf sein und das Thema Familie. Da gehört auch das gewisse Feingefühl dazu, Dinge richtig zu deuten. Also wenn du merkst, dass dich Familienthemen triggern, probier mal, dich selbst von außen zu sehen und somit eine ganz neue Situation zu erstellen, weil du egofrei dann agierst. Und dieses egofreie Agieren ist natürlich etwas Wunderwunderschönes. Denn du förderst somit den Verbund der Menschen und somit auch die Einheit der Menschen. Somit viel mehr Nächstenliebe und dadurch hast du natürlich auch eine hohe universelle Wirkung auf deine Nächsten. Durchsetzungskraft. Mutig beschreite ich die Straßen des Lebens für mich und alle, die ebenfalls auf diesem Weg wandern. Also die Zugehörigkeit wird heute ganz klar zugesprochen. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass du verstehst für dich, dass du dich schon auch gegen deine Emotionen ab und zu durchsetzen musst. Dass du für dich einen gewissen Weg vorangehen musst. Dass du für dich natürlich auch sagen musst, hey, meine Emotionen sollen jetzt gesehen werden. Auch wenn dein innerer Schweinehund sagt, nein, 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 nein. Nein, doch, du musst deine Emotionen sehen. Und gerade heute ist ein handlungsfähiger Tag, um mit Emotionen umgehen zu können. Deswegen ist da auch die Durchsetzungskraft gefordert. Aber eben auch in der Entscheidungsfindung und im Verbund. Also gehe ich alleine meinen Weg weiter? Gehe ich mit zwei Menschen meinen Weg weiter? Gehe ich mit einem Coach meinen Weg weiter? Ganz egal wie. Du wirst dich durchsetzen müssen gegen alte Gedankenmuster, gegen alte Glaubenssätze und somit natürlich dann auch deine Verhaltensmuster im Hier und Jetzt verändern. Und dann kommst du hier in die perfekte Entlastung für dich und kannst dir selbst auch aufzeigen, dass der große Punkt der manipulativen Energie, die du die ganze Zeit gespürt hast, dass du dich dagegen durchgesetzt hast. Und das ist natürlich für dich ein Punkt, der, naja, vielleicht ein bisschen länger gedauert hat, aber dafür jetzt umso mehr Glücksgefühle in dir auslöst. Also ist es ein Tag, den du gut greifen kannst, der dich sehr, sehr glücklich macht und dir dadurch natürlich auch aufzeigt, du kannst das schaffen. Ja, und da kommt der Engel der Meere mit dem freien Flow und das passt ja dann super. Die Engel der Meere nehmen dich in ihre Mitte. Der Flow setzt ein. Und der Flow setzt ein, jetzt darfst du mal überlegen, warum. A, du achtest dich selbst. B, schätzt du deine eigenen Emotionen. C, gehst du in den Verbund mit all den Energien, die dir gut tun. Und du setzt dich gegen die durch, die es eben nicht tun, die dir negativ gesonnen sind. Das ist natürlich ein Durchbruch für dich und gibt somit deinem Lebensfluss so viel mehr Vitalität, dass gar nichts mehr stocken kann bei dir, außer du möchtest dich selbst sabotieren. Aber dass die Selbstsabotage heute auch aufgelöst wird, weil du dir ja manchmal das ein oder andere Steinchen in den Weg legen willst, das ist ja auch gegeben, denn du kommst in deine sogenannte goldene Mitte. Und wenn du in deiner goldenen Mitte bist, dann probierst du auch gar nicht erst, dich ja von dannen zu legen, sondern du möchtest weiter vorankommen. Und zum Thema weiter vorankommen sage ich dir am Ende vom Video noch etwas. Du stärkst dadurch natürlich den Selbstwert. Ich lebe meine Einzigartigkeit erfüllt von Freude und bin anderen ein Wegweiser in eine neue goldene Zeit. Okay, ich sage jetzt gleich was dazu. Ich habe gerade gesagt, ich sage am Ende vom Video was. Hier oben, wenn du willst, ich habe einen Spendenpool eingerichtet, wo Menschen Menschen helfen können. Das heißt, wenn es Menschen gibt, die zu mir kommen wollen und sich coachen lassen und dafür eben nicht das kleine Geld haben oder den notwendigen Euro, kann man hier aus dem Pool was rausnehmen und dann wird es auch natürlich positiv versteuert. Du, für dich gibst es als Spende für den Menschen ab, der es gebrauchen kann. Und ich lege das dann auch immer offen, wer oder für welches Coaching, natürlich wird per Datenschutz der Name verdeckt, dieser Pool dann benutzt wurde. Also, jeder Euro zählt und natürlich freut sich jeder Mensch dann, der dann auch sagen kann, hey, ich habe jemanden, der mich vielleicht auch finanziell unterstützt. Nicht schlecht, oder? Ja. Ich lebe meine Einzigartigkeit erfüllt von Freude und bin anderen ein Wegweiser. Ist natürlich jetzt auch schön zu sehen, weil du andere unterstützt. Aber gerade in der Verbundenheit, da ist es wichtig. Kinder der neuen Zeit, Avatavis, neue Wege, hohe Fähigkeiten, entfalte das Potenzial des Lichtkinds in dir. Ja, und dann merkst du einfach, dass nach der ganzen Heilung, die du heute für dich getan hast, nach dieser Leichtigkeit, die du dann heute für dich auch wieder spürst und vor allem nach diesem wichtigen Vorankommen, dass du Achtsamkeit, Liebe, Selbstliebe und Selbstwert in dir verbunden hast und natürlich dann sehr viel Altlasten ablegen konntest, dann bist du jetzt auch befähigt, andere zu heilen. Und das ist heute das Fazit des Tages. Heilung geschieht und dann gibst du die Heilung auch weiter.